Zwei Bühne-Bots am SV, Diana Schleim. Auf der Bahn 3, die SG Frankfurt, Christina Döhn. Ab 4, für die Silbermedaillen-Gehälterin des letzten Jahres, der offizie Vorlaufs-Schwenste für die SG Mittelkampen, Kenny Bessel. Auf der Bahn rüberfüllen die Titel-Verscheidigerin von der SG-S, Isabelle Trau. Auf der Bahn 6, für die Brausse-Gehälterin des letzten Jahres, vom Hamburger SC, Lisa Epplitz. Auf der Bahn 6, für die Brausse-Gehälterin des letzten Jahres, von der Sportstudio und Alexandra Akiwan-Ihanova. Und auf der Bahn 8, für die Gäbauer-Bots-Märgetein, Diana Fischer. Ab 4, für die Grausse-Gehälterin des letzten Jahres. Auf der Bahn 3, für dieionalrim Sekunden. De 0, die Vons Disneyland ist eine Wahl-Geh скоро. Ab 5, für die Kirche. Ab 5, für die Jungs kommen conceived und die Pro演-Leせawak Seiten der Lampe. ? Ab 5, 5, 5, 5, 6, 6… Opp7 von 3, 8 also auf der FDP- replied-Me região mit Afghanen des letzten Jahres. Ab 5, für die Stasse sind des letzten Jahres, von der tribuneischen� Sekunden, Jetzt kommen wir auf! Der Zwischenstand nahm 50 gespollenen Metern für die Messe an der Spitze des Weltskommensabelletoren. Und dann nämlich die Messe in die 8 Jahre, nicht vor dem letzten Jahr hier, die in den 2. März eine Kondition in Nachhause geben können, sondern sie haben auch bei der Deutschen Fußballmeisterschaft die 1.2. als Webinar abschließen können. Und wenn ihr euch die Urlaubzeit in den 3.1. anschaut, dann ist für uns 2.6.30 ein unglaublich großer Vorsprung für Kenny Bessel. Denn sie gibt die Schiefer von Isabel Paul und damit die Schiefervertreinigerin, die ist hier heute Vormittag mit 2.41. angegangen. Kenny Bessel bleibt auch nach der alten Strecke der Vormittag auf Wolfsburg, auf Südsburg, denn sie ist ein Freitag von 1.45. Von Isabel Paul und Isabel Paul und Isabel nicht. Nach der Zeitung hat sich sozusagen nichts geändert. Der Vormittag mit 2.99 Euro in 1.3. Sehr, sehr groß. Und wir werden schauen, ob das jetzt mal der 150-Meter-Belle so bleibt, ob sie den Wormittag noch mal ausbauen kann, ob er noch mal besert sind. Im letzten Jahr, da konnte sie hier mit 2.42,3 Sekunden als Zweiter abschließen, hat natürlich schon in der Kontonaufzeit da deutlich drunter gelegen und der Abstand jetzt über 5 Sekunden vor Isabel Paul. Und die Zeitung gibt es jetzt von der dritten Tags abgeben an Chiara Glein, die auf der Wand von 2. 2.43,2 Sekunden, und hier auf das Läckchen möchte. 5.106 Sekunden in der Amstrande, die sich in der Wormittag auf dem Wormittag auf dem Wormittag und der Wormittag auf dem Wormittag auf dem Wormittag. Und das hier, das ist ein ganz, ganz klar, was ich denke, da muss jetzt, da kann nichts mehr passieren. Und sie schrieb noch als erste Halte mit 2.32,1 Sekunden, wenn man nach hinten nochmal, fast 4 Sekunden unter ihrer Kuraufzeit gelegen. Und Isabel, endlich, die konnte sich jetzt eben nochmal auf den zweiten da so schwimmen von Isabel Paul. Beide!